Na toll, ihr seid vielleicht zwei Ferkel. Hm? Guckst du vielleicht mal in die Kamera, bitte? Mäuschen. Aber komm, ihr bloß nicht mit den Matschfüßen entgegengelaufen. Hallo, Baby. Nix. Ja, jetzt ist die Schüssel fast leer, jetzt kann man nicht mehr die Geräusche hören, wenn sie mit der Nase unter der Milchoberfläche sind. Hätte ich ein bisschen früher anfangen sollen. Nein, jetzt ist der Spaß vorbei. Okay. 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 Okay.